aber letztes mal kassen gibt es du es hat echt gebraucht hey real dortmund aber es geht wo seid ihr gelandet ich bin ganz allein ich habe gerade verpeilt ich schaffe das am sechzehnten meier und wir ich habe 20 september stabil das ist schon ein bisschen scheiße wenn man mit julia los geht habe ich geburtstag julia dauert immer so lange muss man durch mein bro ist krass ok boppi werden wir gleich sehen bei kassen gibt es ja müsst ihr entscheiden wollt ihr mit bauen dann oder mit null bauen ja gut dann machen wir mit bauen ich gebe dir die medaille ich bin da ich bin da was passiert egal alles gut genau alles kaputt spaß spaß ach da hinten seid ihr ja klar spiel ich mit moppi ich kann zwar nicht bauen aber ich versuche mein bestes ansonsten ansonsten kann ich euch ja zugucken ich am 2. juni cool cool jeezy greezy cool jeezy greezy cool jeezy greezy cool jeezy greezy hast du alle ach da war noch einer ja einer ist noch da oben oder auch den schlafen oder auch den schlafen o mal was oh kaputt guck 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 das war eine 10 von 10 selis dahinten alleine so leute nächste runde wir spielen mit custom games wer mitspielen will bereit machen dann aber ich glaube bg ist hier der beste ja keine falsche bescheinheit hier muss man nicht der beste sein das ist echt traurig ich habe einfach den sieg verschickt ich hätte ein episches 1 gegen 4 gewonnen vielleicht vielleicht aber meine snipes das ist ein bisschen gar nicht so habe ihn sehr gut weitermachen ich habe aus der truhe eine goldene waffe gekriegt die ak ich habe auch eine goldene waffe krass hast du einen normalen drühe ja hast du einen normalen stabil stabil der wurde gerade ein gegner vom boss gewandt ja mein schlavi schlavi ja Hallo? 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 Nein, ich stehe. Ja, sorry. Was? Ich musste kurz weg. So, ich hab die Medaille, gehen wir zum Tresor. Ja, Mann. Uh, seil. Rauch den Lachs hier. Ich will auch noch nicht. Machst du Splitter? Ja. Ja, du hast den Skins. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Splinter. Oh, meinst du Splinter. Und jetzt? Du hast den Skins, ja? Ja, Mann. Seht die Krieg zu dem. 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 Ja. Sag mal, wie viel Geld hast du in dein Fortnite Account investiert? Äh, das weiß ich nicht. Bestimmt viel, ne? Sehr, sehr viel, ne? Ja, es kann schon mehrere hundert Euro sein. Ich hab nur 40 oder so. Ja. Ja, 50. Ich, ich umhalts ja jetzt diesen Eins, ne? Boah. Und da kommt halt schon ein bisschen Geld rein, ne? Ja, aber richtig. Schon so um die 600, ne? Boah, stabil. Ja. Und ich frag mich, warum ich kein Geld hab. Ne, der. Hauptsache Fortnite. Hahaha. Ja, Mann. Für Fortnite. Genau, alles für Fortnite. Hm. Ja, ich hab mich auch in Fortnite verliebt, Alter. Ja, ich hab dir zweit komisch. Ich hab mich auch in Fortnite verliebt. Gut. Hey, wer macht da den Chat? Äh, streamen laut. Hahaha. Nicht aus Versehen. Ich bin von meiner Wehrtaste angeponnet. Ja. Ja. Ich hab deine Finger bei dir. Hahaha. Kappa. Oh, die sind hier irgendwo. Junge, wo geid ihr die ganze Zeit? Ich komm'n. Oh, ich hab was auf Geld. Ich bin grad im Fenster Fields angeponnet. Oh, das ist ein Relays. Oh, mein Gott. Oh, shit. Die kommen alle mit diesem Ninja-Trip. Ich hab zwei. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich hab einen. Oh, nice. Komm her hoch. Schaust du das? Ja, ja. Ich komm. Ich komm. Hey, Leute. Kommt her, ja. Wo seid ihr? Ach. Ich brauch Hilfe. Hier, hier. Bitte. Oh. Ey, das ist da oben, ja. Er finischt mich gleich. Ist ein cooler. So eine Ratte. Jesus. So eine, so eine riesen Ratte. Die Ratte. Halt fort. Er ist tot. Jawohl. Statt. Lack im Griff. Ich bin schon drauf. Ach, ich brauch Medis. Ja, hier liegen ja noch. Ich. 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 hab den Creator Code eingeben. Das ist danke, Bro. Wie läuft denn der? Ich hab ihn im Chat eingedrangen. Eingepinnt. Süß. Creator Code, anderes, als zwei fünf. Mhm. Ich weiß nicht, was ich habe. Hast du ein Bois Gegner? Ja. Warte, ich komme. Ich gehe nicht mehr. Ich darf so weitern. Ich will helfen. Dass einer irgendwo hekt. Ja, genau. Jo, hier ist er bei mir. Bei mir ist noch einer. Also ein ganzes Ziel. Ah, doch. Jawohl. Sag mal irgendwas. Mir kommen welche. Ja, Mann. Auf der Insel, oder was? Ja, ja. Wir sind auf der Insel gekommen. Ja. Wie kommen wir denn? Ja, wir sind auf der Insel gekommen. Ja. Die will ich mir aber schon merken müssen. Oh, da unten sind die. Jo, 110er, ja. Oh. Wir werden gepusht. Ich habe ihn in der Luft gesniped. Oh mein Gott. Ui. Der witzig. Ich denke, ich hätte... Nee, das war... Äh, der war cool. Jo. Boah, Digga. Stabile Romme bis jetzt. Könnte ich hochladen. Aber das wollen wir. Wenn wir gewinnen. Oh. Ich sehe da welche. Ich sehe da welche. Der will... Abhauen. Ja. Ja. Okay, ich hoffe das. Ja. Ich bin da... ... Ich bin da... Ich bin da... Den verfolge ich. So ein lass ich doch mich entwischen. 40er in der Luft. Äh... Oh, das ist zwei Oh 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 Warte Warte Warte, hier ist du Mach hier mal hoch Oh oh Auf die Ratte Auf die Ratte Ich schnapp den Ich kreuz ihn den Weg Ich bin bei ihm, bin direkt über den Schaut ab die Ratte Ja ich bin doch hier die Ratte Nicht hier Den Den Ich bin der Oh der fliegt hier rum Ich denke er ist wieder raus Ja, ist er auf der Insel Oh Der ist flott Der ist flott nerven sie Ich bin genau Ich bin genau Ich stehe jetzt auch noch Digga das spielt mit uns ja So ein kleiner Wenn du den nach oben kommst, dann ist das gut Ja, hier muss ich doch mal weg. Ach, tega. Der ist schon wieder hier oben. Das war's. Wie er. Okay. Okay. At least der jetzt. Hier ist der. Ich sehe den nicht mehr. Teiga. Man, er haut die ganze Zeit ab, ne? Snell. Oh, da hinten auf dem Berg sind die. Oh, ich nehm dich. Nein. Er braucht sich unsichtbar und geht in das Wasser. Oh, 110 hab ich ihn gegeben. Nice. Jo, nochmal 110er. Alter, der ist low. Da oben. 79 auf Koffer. Zweimal 110 hab ich ihn verpasst da oben. Hier, Auto. Ich stehe nicht zu. Alle. 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 Sanity wins kommen. Ich geh puffen. Okay. Ja, einer dead. Der heals sich jetzt wahrscheinlich. Dieser Bot. Nein, ich stehe beim Bot. Ey, der Bot hielt ihn eigentlich hier unten. Shit. Oh, das sind mehrere. Oh, der Bot hat mich getötet. What the fuck? Egal. Er hat mich mies gelasert. Du scheiße. Ey, ich finische mich nicht. Ich bin nie geschockt. Tobi. Ich will die beiden bauen. Ich will die ganze Zeit bauen. Einmal gebraucht. Völle verbrauchen. Hier Midi packen. Ach so, nicht nix. Ach so, ich hab nichts. Ich hab nichts. Hast du drückt? Den braucht los. Ey, ja. Wir haben noch 3d bauen. Ach so. Oh. Ja, der ist auf der Brücke, oder? Das war eine gute Runde, Jungs. 22. Klipp ist safe. Ich mach ein Video. Das geben wir Carsten. Das ist eine gute Runde.